Die Stadt Aumar-Weitertal ist eine Landgemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen. Sitz der Verwaltung ist die ehemalige Stadt Aumar. Geografie Aumar-Weitertal liegt im Südwesten des Landkreises Greiz. Im Norden grenzen die Gemeinde Hartpöllnitz. Im Nordosten die Stadt Weider und die Gemeinde Hohenleuben sowie im Osten und Süden die Stadt Zäulenroder Triebes an. Im Westen grenzen die Gemeinden Tegau, Dittersdorf, Tömmelsdorf, Triptis und Mittelpöllnitz im Saale-Oller-Kreis an Aumar-Weitertal. Stadt bzw. Aumar-Weitertal gliedert sich in fünf Ortschaften, die den Ursprungsgemeinden der Stadt mit ihren Ortsteilen entsprechen. Aumar mit den Ortsteilen Güterlitz, Krölpa, Munscher, Untendorf, Wenichinaumer und Zekra, Braunsdorf mit dem Ortsteil Tischendorf, Gören-Dölen mit den Ortsteilen Dölen und Gören-Steitz, Wiebelsdorf mit den Ortsteilen Pferdsdorf und Wöhlsdorf. Geschichte Die Bürgermeister der Stadt Aumar sowie der Gemeinden Braunsdorf, Gören-Dölen, Steitz und Wiebelsdorf unterzeichneten am 13. Januar 2011 den Vertrag über die Bildung einer Landgemeinde. Die fünf Kommunen erledigten seit 1996 gemeinsam mit drei weiteren ihre Verwaltungsgeschäfte in der Verwaltungsgemeinschaft Aumar-Weitertal. Am 1. Dezember 2011 erfolgte der Zusammenschluss, siehe auch, Einwohnerentwicklung Politik, seit der Stadtratswahl vom 25. Mai 2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen. CDU Sieben Sitze Gewerbeverein Aumar-Sportverein Blau-Weiß Aumar Vier Sitze Unabhängiger Bürgerverein Drei Sitze Kegelverein Freiwillige Feuerwehr Heimatverein Eins Sitz FDP Bürger für Aumar-Weitertal Eins Sitz Seit der Bildung der Stadt am 1. Dezember 2011 stand Iris Seidel der Stadt als Beauftragte vor. Am 22. April 2012 wurden neben des Stadtrates auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Frank Schmidt setzte sich bei dieser Wahl mit 58,5% bei einer Wahlbeteiligung von 58,1% gegen zwei Mitbewerber durch Wirtschaft und Infrastruktur. Durch Aumar-Weitertal verlaufen die Bundesstraße 2 Richtung Gera-Schleitz sowie mehrere Landesstraßen in die umliegenden Orte. Die Autobahnanschlussstelle Triptis der Bundesautobahn 9 liegt etwa 11 Autokilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Wirtschaft der Stadt ist durch mittelständische Industrie, Handwerkgewerbe und landwirtschaftliche Betriebe geprägt. In der Ortschaft Steitz existiert das Gewerbegebiet in der Muschke.